Im letzten Video hatten wir die formale Definition des Riemann-Integrals gesehen und in diesem Video gucken wir an, welche Funktionen eigentlich integrierbar sind, also für welche Funktionen dieses Integral auch existiert. Das Problem bei der Definition war ja, dass die Definition gefordert hat, dass für die Integrierbarkeit alle Riemann-Folgen konvergieren müssen. Das heißt, völlig unabhängig davon, welche Zerlegung wir gewählt haben und welche Zwischenwerte wir jeweils als Funktionswerte für diese Zerlegung gewählt haben, jede dieser Folgen, die dann entsteht, die sollte konvergieren. Das heißt, es sollte natürlich immer der gleiche Flächenhalt sein. Die Frage ist, welche Funktionen erfüllen das? Die gute Nachricht an der Stelle ist, alle Funktionen, mit denen wir typischerweise so zu tun haben, sind stetig und stetige Funktionen sind integrierbar. Das ist das, was dieser Satz sagt, den werde ich in diesem Video nicht beweisen, aber der ist sehr, sehr nützlich für uns, weil der Satz sagt, jede auf einem Intervall a, b stetige Funktion ist auf diesem Intervall auch integrierbar. Und das gilt sogar für stückweise stetige Funktionen. Sehen wir gleich ein paar Beispiele. Und an der Stelle sehen Sie vielleicht auch, warum wir vor ein paar Wochen in der Vorlesung so viel Wert auf diese stetigen Funktionen gelegt haben, weil diese stetigen Funktionen eben genau diese schöne Eigenschaft haben. Wichtig dabei ist, gerade im Hinblick auf den Hauptsatz, der später kommt, dieser Hauptsatz, der kommen wird, der setzt voraus, dass die Funktionen integrierbar sind und alle stetigen Funktionen sind es ja, deswegen ist das typischerweise gut anwendbar. Aber problematisch beim Hauptsatz ist, dass man den nicht so anwenden darf, dass man über Unstetigkeitstellen einfach so hinweg integriert. Darauf will ich jetzt an der Stelle schon mal hinweisen. Bei Unstetigkeitstellen, also da, wo es wirklich mal unstetig wird, da muss man natürlich aufpassen und gegebenenfalls einmal absetzen. So, erste Funktionen, die typischerweise stetig sind, Klasse von Funktionen, die typischerweise stetig sind, sind die ganzrationalen Funktionen, die Polynome, so wie Sie hier eins sehen, die sind stetig, wunderbar integrierbar, gar kein Problem. Auch die trigonometrischen Funktionen sind auch stetig, auch die sind völlig problemlos integrierbar. So ein bisschen spannender wird das bei Funktionen wie 1 durch x zum Beispiel, bei solchen gebrochen rationalen Funktionen, die können ja Pole haben. Auch die sind überall dort, wo sie stetig sind, integrierbar. Das heißt, auch so eine Funktion 1 durch x können Sie zum Beispiel auf so einem Intervall von minus 0,2 bis 2 völlig problemlos am Ende integrieren. Wichtig an der Stelle ist, Sie dürfen nicht einfach von minus 1 bis 1 durchintegrieren. Da wäre so ein Pol dazwischen, da geht das nicht. Und hier nochmal ein Beispiel für eine stückweise stetige Funktion. Die habe ich einfach aus verschiedenen stetigen Funktionen zusammengesetzt und auch die können Sie problemlos integrieren. Sie müssen nur an jeder Unstetigkeitsstelle bei jedem Sprung, also hier zum Beispiel minus 1, das ist so ein Sprung von hier nach hier, da kann man am einfachsten einfach absetzen und dann entsprechend weitermachen mit dem nächsten Abschnitt. Also diesen Abschnitt einmal angucken, dann den Abschnitt, den Abschnitt, den Abschnitt und da kann man auch völlig problemlos das Integral bestimmen. Ich fasse also noch einmal ganz kurz zusammen. Also die Funktionen, mit denen wir typischerweise zu tun haben häufig, die sind stetig oder zumindest stückweise stetig und diese Funktionen können wir integrieren. Wie wir sie integrieren, das sehen wir später im Hauptsatz. Wie wir sie integrieren, das sehen wir später im Hauptsatz.